Zwei Meister mit ganz unterschiedlichen Biografien. Dafür stehen der 100-jährige Schlossermeister Hermann Leyendecker und der Boxweltmeister Dennis Ronert. Der Spitzensportler ist gelernter Stuckateur und tritt am 1. März zur Titelverteidigung an. Luckenbach im Westerwald. Hier lebt der 100-jährige Handwerksmeister Hermann Leyendecker. Ein Gespräch mit ihm ist nicht nur eine spannende Zeitreise, sondern beeindruckt auch mit Blick auf persönliche Schicksalsschläge, die den Familienvater von drei Kindern, sechs Enkeln und sechs Urenkeln nie haben resignieren lassen. Erinnerungen an die Zeit der Ausbildung. Es war erst mal, hier dagegen konnte man sehr schlecht eine Lehrstelle bekommen. Es waren damals ja keine Handwerker, die brauchten nötig einen eigenen Sohn noch in der Ausbildung und wir mussten weiter weg. Und dann bin ich nach Nistertal mit Hängen und Würgen bekam ich da eine Lehrstelle. Und da mussten wir mit der Bahn fahren im Winter, im Sommer nachher mit dem Fahrrad und zu Fuß gelaufen und was nicht alles. Da muss man von Limbach, bin ich nach Bahnhof Fahrrad gegangen und da mit dem Zug rauf. Damals kostete die Fahrt, ich glaube, 50 Pfennig. Das war 1928. Doch einen Fachkräftemangel wie heute gab es damals nicht. Ganz im Gegenteil. September 1931 hatte ich ausgelernt. Mit der Arbeit war nichts zu tun. Du kriegst ich keine Arbeit. Damals die schlechte Zeit. Und dann nach langem gestempelt habe, ich war nicht bedürftig, ich bekam kein Geld mehr. Zuhause noch Bäckerei und Landwirtschaft und Gastwirtschaft. Und da kriegte ich einfach, ich war nicht bedürftig. Und da habe ich sogar mal ein gutes Vierteljahr in der Landwirtschaft gearbeitet. Und so habe ich mich durchgeschlagen. Bis Hermann Leyendecker über den Arbeitsdienst eine Anstellung findet. Es folgen weitere Angebote für den jungen Handwerker. Eines aus dem hohen Norden, das besonders verlockend ist. Da kriegte ich da 50 Pfennig mehr der Stunde. Da bin ich natürlich da hingegangen. Ja, und da wollte ich mit der Firma, wollte ich dann nach Argentinien ausreisen. Da war ich mitgefahren. Ich hatte ja nichts zu versäumen. Ich hatte kein Verhältnis und nichts. Und da kriegte ich nicht die Genehmigung, von Bremen aus rauszufahren. Ja. Statt nach Argentinien geht es zur militärischen Grundausbildung in Sudetenland. Da wurde ich ja eingezogen, Sudetenland. Da wurde ich nach, erst wurde ich in Bremen noch eine Kaserne, da wurde ich bei der Flak eingezogen, für etwa vier, sechs Wochen. Aber wir, wie vier, fünf Wochen rum waren, da sind wir nach Sudetenland. Ja. Ja. Was dann folgte, bleibt Hermann Leyendecker unvergessen und löst noch heute starke Emotionen in ihm aus. Er wird im Zweiten Weltkrieg schwer verwundet. Da hat mich ein Kamerad, der hat mich weggebracht. Ich habe da noch ein Bild hängen, wo der noch drauf ist. Mit drei Freunden, ja. Und dem war ich alle, alle beide Trauzeugen zur Zeit. Wir waren Freunde geblieben. Und, ja, und da wurde ich dann in der Nacht, ich sah das böse aus. Da hatte ich einen Zwei-Steckschuss im linken Oberschenkel und den Armen. Da war natürlich nichts mehr mit los mit dem Armen. In der Nacht kam ein junger Offizier zu mir ins Bett. Wo sind sie her? Sag ich vom Westerwald. Es ist unglaublich, was ich erzähle. Mir kommen die Tränen. Und dann denke ich. Ich sagte der, du musst, ich schaff dich weg. Die wollen hier den Arbeck machen. Die kriegst du in Deutschland doch wieder repariert. Und vom Westerwald, ja, da sind wir immer in die Kur gefahren. Da waren die in meinem Elternhaus bei meiner Mutter in der Kur. Er mit seinen Eltern. Jetzt war der Offizier. Ne, war Arzt. Ja, wenn man sich das vorstellt, was war da. Und der hat mich rausgeschafft. Schließlich geht Hermann Leyendecker, kriegsverwundet, zurück in den Westerwald, wo er 1944 heiratet. Nach der das frisch vermählte Paar viele Pläne schmiedet. Für Hermann Leyendecker, wegen seiner Verletzung eine Riesenherausforderung, gehört auch die Meisterprüfung dazu. Die Meisterprüfung hatte man ja, die Vorbereitung, das hatte man ja gemacht. Und da kam ich, da wurde ich bestimmt, also krieg ich Bescheid. Und damit habe ich die Stanz gebaut. Und der, das war der Obermeister von Kreis Haltenkirchen. Der hieß Bausler im Betzdorf. Der Bausler. Der kam jede Woche, ein oder zweimal und hat mich kontrolliert, was ich daran gemacht hatte. Dass ja kein anderer oder ich in die Fabrik ging oder so. Dass ich das auch selber machte. Und dann wurde ich eingeladen zur Meisterprüfung. Und zwar auf drei Tage vorgesehen. Man konnte nicht übernachten. Wir haben im Bunker geschlafen. In den drei Tagen kommen sich die Meisterschüler näher. Und so tauschen sie sich auch zu ganz außergewöhnlichen Geschichten um ihre Meisterstücke aus. Denn ein Schlosser? Hat einen Kronleuchter gemacht. Einen Kronleuchter gemacht, alles aus Schmiedeisen. Da sagte ich, ja, da hätten sie ihm schon viel Geld im Zug für geboten. So wäre das Meisterstück fast nicht bei der Handwerkskammer in Koblenz angekommen, bei der Hermann Leyendecker schließlich die Prüfung besteht. Bei der Bekanntgabe der Prüfungsergebnisse erweckt ein weggeworfener Zettel seine Aufmerksamkeit. Als der Prüfungsausschussvorsitzende. Knuddelte das Papier zusammen, schmiss es da hin. Da dachte ich, Donnerwetter, das musst du haben. Da musst du wissen, was da drauf stand. Und da stand drin. Und zwar geschrieben vom Obermeister Bausler an die Prüfungskommission. Oder wie die Prüfungskommission nannte sie sich, glaube ich, ja. Und er wollte fragen, weil ich ein Schwerkriegsbeschädigter war, ob das berücksichtigt wird. Und da stand da drin, nein, wenn einer die Prüfung macht und die Lehrlinge ausbildet und will anderen was zeigen, der muss doch die Meisterprüfung machen und muss das machen, was alle machen. Hermann Leindecker kommt schließlich nicht um die Frage umhin, wie man so fit ein Jahrhundert alt werden kann. Ja, kann ich gar nicht sagen. Ich bin ein zehntes Kind geboren. Und da war kein Trinker und nichts bei. Aber alle haben sogar gearbeitet, ja. Die Arbeit als Handwerksmeister bis zu seinem 70. Lebensjahr, auch die hat ihn geprägt und glücklich alt werden lassen. Dennis Ronert, 21-jähriger Handwerker und Boxweltmeister, tritt zur Titelverteidigung seines WM-Gürtels an. Der gelernte Stuckateur und IBF-Junioren-Weltmeister steigt am 1. März in Magdeburg in den Ring. Nicht allein, denn das Handwerk ist an seiner Seite und unterstützt ihn. Dennis Ronert und die Bundes-Image-Kampagne um das Handwerk, die Wirtschaftsmacht von nebenan, sind eine schlagkräftige Verbindung, die sich gegenseitig unterstützt. Ronert ist nicht nur sportlicher Botschafter, sondern auch einer für das Handwerk. Unterstützung kann er sicherlich gut gebrauchen, wenn er vor vollen Rängen und einem Millionenpublikum im TV antritt. Ich boxe am 1. März, das ist ein Samstag, in Magdeburg um meinen Titel. Also ich muss meinen Titel verteidigen, meinen Weltmeistertitel, IBF-Junioren-Weltmeister. Um 22.15 Uhr wird es auf Sat.1 übertragen. Und ja, deswegen sollen die die Klotze anmachen. Ronert wie auch sein Gegner Schäfer Di Soufi sind bisher ungeschlagen. Einer der beiden Boxer wird seine gute Bilanz nach diesem Abend fortsetzen können. Und dank guter Vorbereitung durch Trainer und Manager Detlef Loritz und das Handwerk hoffen natürlich alle, Dennis Ronert verlässt als Sieger die Arena in Magdeburg. Das Handwerk drückt Stuckateur Dennis die Daumen und wünscht alles Gute. Bis zum nächsten Mal!